Hallo, mein Name ist Wolfgang Molzahn. Ich gehöre zu denen, die sich an der Börse nicht nur die Finger, sondern auch viel Geld verbrannt haben. Aber ich gehöre nicht zu denen, die hinterher allen anderen nur nicht sich selbst die Schuld an den großen Verlusten geben. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die sich nach einer solchen Misere nie mehr in Aktien geschworen haben. Warum? Nun, weil ich zu mir gesagt habe, selber schuld. Mit null Ahnung kann man keine Gewinne erzielen. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und weil ich zudem auch weiterhin davon überzeugt war, dass man an der Börse etwas aus seinem sauer verdienten Geld machen kann. Übrigens, um die 90% aller Aktieneinsteiger scheitern. Und wissen Sie warum? Weil sie alle, aber wirklich alle mit null Ahnung sehr, sehr viel Geld machen wollen. Als Formel ausgedrückt heißt dies, Null Ahnung plus sehr große Traumgewinne ergibt Verluste. Das Geld ist hinterher weg. Nie wieder in Aktien, das war also für mich keine Option. Und Aktien mit Hirn, das wurde zu meiner Devise. Im Klartext hieß das, tausende Seiten Fachliteratur durcharbeiten, eine einfache Strategie entwickeln, das Risiko nicht aus den Augen verlieren und neu anfangen. Dreimal dürfen Sie raten, wie der Neuanfang lief. Richtig, er war und ist bis heute ein ganzer Erfolg. Natürlich wurde ich nicht über Nacht zum Millionär. Aber mein Startkapital von 10.000 Euro vermehrt sich Jahr für Jahr. Und das alles ohne feuchte Hände, ohne Herzrasen und totaler Verunsicherung. Ich wusste und weiß, was ich tue. Und das Schöne ist, Sie können für wenig Geld daran teilhaben. An der einfachen Strategie samt Risikominimierung, am souveränen Handeln mit Aktien und an den Gewinnen. Mein Ratgeber für Einsteiger, Aktienvermögen für Otto Normalverdiener, zeigt Ihnen, wie ich es geschafft habe. Die komplette und sofort umsetzbare Strategie, die Risikominimierung samt einer Krisen- und Crashstrategie. Ich hatte Blut geleckt. Außerdem begeisterte mich die Materie und drittens sah ich, dass ich trotz großer Gewinne noch größere Erträge einfach verschenkte. Ich fragte mich also, wie könnte ich diese Gewinne für mich realisieren? Die Antwort lautet, mit der Charttechnik. Mit der Charttechnik? Die Charttechnik hat ja so an sich, dass nur Profis sie verstehen und richtig anwenden können. Aktieneinsteiger und Kleinaktionäre können davon nur träumen. Und verständliche Literatur zum Thema ist Mangelware. Nicht mehr. Denn ich habe für Sie mit meinem Ratgeber Charttechnik, die technische Analyse für Otto Normalaktionär, diese Lücke geschlossen. Was ich mir mühsam angeeignet habe, habe ich für Sie zu einem leicht verständlichen und sofort umsetzbaren Ratgeber gemacht. Noch einmal. Sie mögen genau wie ich viel Geld an der Börse verloren haben. Stehen Sie dazu. Und machen Sie es nun besser. Und wenn Sie noch nie in Aktien investiert haben, umso besser. Machen Sie von Anfang an alles richtig. Mit der Hilfe meiner Ratgeber werden Sie in Ihrer Familie, bei Ihrem Partner, bei Ihren Freunden bewundert werden. Warum? Weil Sie Ahnung von der Börse haben, weil Sie Ihre Aktien souverän handeln und weil Sie große Gewinne realisieren. Diese beiden Einsteiger-Ratgeber, also Aktienvermögen für Otto Normalverdiener und Charttechnik, die technische Analyse für Otto Normalaktionär, werden Ihnen den Weg in Ihre finanzielle Freiheit ebnen. Beschenken Sie sich selbst mit diesem Wissen. Starten Sie noch heute durch. Ich bin mir sicher, dass große finanzielle Erfolge auf Sie warten. Ihr Wolfgang Molzahn